Es ist soweit. Wir verlassen Martinique oder bzw. verlassen wir jetzt erstmal Le Marant. Wir verbringen noch mal einen letzten gemeinsamen Abend mit Freunden, bevor wir dann Sankt An endgültig verlassen. Richtig gutes Rindfleisch habe ich hier noch nicht. Ich habe mal den Tobago. Der Tobago Grundmann sagt du. Ich habe da hinten einen Freund. Das Schwierige beim Aufbruch bzw. bevor man eine Insel oder dergleichen verlässt, ist nicht unbedingt der Start ins Ungewisse, ins nächste Abenteuer. Für mich ist es besonders schwierig, dass wir auch jedes Mal unsere Freunde verlassen. Man findet dann Leute, mit denen man richtig toll klar kommt und egal wie toll es mit denen ist, dann verliert man sie wieder. Man bleibt auch im Kontakt, aber es ist nicht dasselbe, wenn man einfach mal drüber fährt oder zusammen grillt. Das ist für mich immer extrem schwierig. Es ist soweit. Wir verlassen Martinique oder bzw. verlassen wir jetzt erstmal Le Marant. Und jetzt fahren wir nach St. Pierre. Das ist die größte, nördlichste Stadt hier auf Martinique. Da werden wir noch ein paar Tage verbringen. Und da ist es eigentlich ganz schön. Es sind ungefähr 35 Seemeilen von Le Marant nach St. Pierre. Und wir haben wieder einen leichten Wind. Ungefähr 7 bis 15 Knoten. Der Wind kommt aber aus Osten und das heißt, das sieht ganz gut aus, wenn der Wind reicht, dass wir auch segeln können. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir jetzt erstmal da hinfahren. Ein paar Tage erstmal hier weg. Und ja, dann geht es irgendwann weiter nach Guadalupe. Wir haben heute einen sehr entspannten Segeltag bzw. konnten wir erstmal den Anfang gar nicht segeln, weil halt gar kein Winter war oder so gut wie gar keiner. Und ja, jetzt geht es. Jetzt haben wir das Segel draußen. Ein bisschen segeln können wir. Wir kommen auch ganz gut mit 5 Knoten vorwärts. Ja, wir liegen auch gut im Zeitplan und klappt alles. Die Welle ist manchmal ein bisschen blöd. Es ist sehr schwurfig, sehr schaukelig. Aber ja, alles noch machbar. Tja, wir haben noch fast keinen Wind. 3 Knoten. Aber wir machen durchaus 5 Knoten Fahrt, weil die Strömung so stark ist. Aber ich glaube, ich muss gleich das Segel wenden. Auf die andere Seite. Der Los Der 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bevor wir immer beim Segeln starten, mache ich meistens so, dass ich irgendwie ein Imbiss vorbereite oder so ähnliches, dass ich gar nicht groß während des Segelens in der Küche stehen muss, jetzt für, wie gesagt, was für zwischendurch zum Naschen oder aber zum Mittagessen. Und jetzt gibt es einen kleinen Snack. Einmal Wassermelone und das habe ich halt fertig. So schön ist vor, bei allen bei leichter Seekrank auch ganz praktisch, dass ich so wenig wie möglich eigentlich nach unten muss und ja, dass wir trotzdem gut versorgt sind. Bei Wassermelone ist natürlich nochmal doppelt praktisch, nicht nur ein kleiner Snack, sondern vor allem Flüssigkeit, weil da ja viel Wasser drin ist. Und das ist ja so wichtig jetzt vor allem, weil es heute auch sehr heiß ist und manchmal vergessen wir halt genug zu trinken. Deswegen ist das auch eine tolle Lösung für uns. So, heute wieder mal Mastarbeit. Wieder hat die Tricolor ihren Geist aufgegeben. Ich habe heute mein schönen Hütchen auf, weil es hier oben ganz schön sonnig ist. Und ich habe noch ein anderes Problem. Es dreht sich nicht. Es sollte immer wieder stecken. Ich habe es schon gereinigt und mit Teflonspray eingeschmiert oder eingespritzt. Es dreht sich nicht richtig. Ich habe auch das Ganze ausgewaschen. So eine richtige Lösung habe ich derzeit nicht. Habt ihr eine Idee? Jetzt geht unser Ankerlicht, unser Dicolor und das Dresslicht wieder. Das war eigentlich was ganz Einfaches, aber doch kompliziert. Das Ankerlicht oder das Mastlicht hat zwei Öffnungen, die jeweils gekontert sind. Und an der ersten Öffnung habe ich immer aufgemacht. Dann habe ich nichts gefunden. Keine Kontakte, nichts. Und beim letzten Treffen mit Segler hat mir einer gesagt, dass dann noch eine zweite Öffnung ist. Auch in der Kontermutter gesichert. Und die ging mega, mega schwer auf. Aber ich habe sie aufgekriegt. Und die Kontakte waren nicht mit normalen Kontakten, sondern mit Stiften, vier Stiften. Und wenn ich hier dran gewackelt habe, war wieder Kontakt da. Also klar, die Kontakte sind nicht richtig zusammengekommen. Habe ich mit Kontaktspray alles endlich abgesprüht. Wieder reingesteckt und siehe da, das geht nicht mehr. Das ist der Windmesser und die Windrichtungsgeber. Und der dreht nicht mehr und sieht sehr verkeimt aus. Salz und Öscher würde ich sagen, wir müssen auch mal vorsichtig gucken, was wir noch machen können. Damit das Ding wieder geht. Da oben blieb es ja mal stehen. Und jetzt geht es. Das könnte wirklich drück gewesen sein. Das könnte wirklich drück gewesen sein.